Now it's time to play Call of Duty Ghosts in Multiplayer, der Modus Team Deathmage und mit dabei, der Spielpirat. Ja hallo mein lieber Zalu, ich freue mich total auf diese super tolle Map, die ich so hasse, weil ich hier so oft sterbe, ist der Wahnsinn. Das ist die beste. Du musst dich für eine Seite entscheiden und die Bahnschienen teilen das. Das ist so ein richtig schöner Seitenkrieg. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass alle immer wissen, wo ich bin. Und ich sterbe hier sowas von oft. Wo ist er, der Sack? Spielverderber, ich bin's. Scheiße, Mann. Ach, wenn ich mich da jetzt nicht irgendwie in die Ecke geflätzt hätte, hätte ich da vier Kills geholt. Ich kann jetzt auch woanders, ich habe dich gerade, du stehst neben mir. Also du liegst jetzt neben mir, aber. Zeitliche Satcom gesichtet. Was war der gewesen? Schubidubidub, Camper-Scan. Scheiße, scheiße, scheiße. Satcom-Verbindung aktiv. Ich weiß nicht. Ja, erzähl mehr. Äh, ich finde hier kein Gegner. Was ja ganz gut ist, weil so ziehe ich mich auch keine. Aber das hilft uns ja, glaube ich, nicht weiter. Hab ich mir sagen lassen. Mist, der war jetzt mies von mir. Ach, ich versau immer gerade die einfachsten Kills. Ja, du bist halt ein Trickschotter, ne? Das darfst du nicht lesen. Concussion-Granate des Todes. Oh mein Gott, nein, ich will nicht sterben. Ich bin auch viel zu jung dafür. Du bist ja wiedergeboren. Toll. Ja, du kriegst deine eigenen Klamotten wieder. Siehst nur ein bisschen anders aus. Manchmal auch als Frau, das ist dann halt Pech. Hast du gerade gestorben? Ja, Camper's Care ist da oben. Das Camper's Lebensversicherung. Funktioniert auch nach dem Tod. Ach, ich hab's gemerkt. Ah. Oh Mann, 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 Mann. Ich hab doch auf die Scheiße gedrückt. Warum schießt der nicht, hä? Ich hab mal so eine Scheiß-Waffe. Weil ich mir noch nicht so viel leisten konnte, wenn ich nicht so viel gespielt hab. Das muss ich aber sagen, übrigens, Pluspunkt für COD-Ghost, du kannst jede Waffe zu jeder Zeit freischalten. Das heißt, du musst kein Level 70 mehr sein, um jetzt irgendwie die guten Waffen zu bekommen. Ja, das stimmt. Du kannst dir wirklich schon, wenn du sagst, ich will unbedingt die Waffe haben, dann ist das auch die erste Waffe, die du dir kaufst und fertig ist. Richtig. Das ist ganz cool. So. Gib mir den doch. Komm, Revolver-Ocelot-Style. Na, nicht auf die Reichweite. Oh Gott. Er ist gestorben. Oh, du musst doch von deiner Puppen-Torkasse runter. Ich bin am Reden. Das kann ich dir sagen. An wichtige Infos. Ja, ich hab nicht gehört. Ach, wo, wo kommst du? Wo war denn dieser? Ach, ist egal. Ich bin der Weihnachtsmann. Ho, 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 ho. Mit Damenverstopfung. Nein, Quatsch. Ultraskill rübergesprungen gerade. Warum renne ich denn nicht? Ist doch nicht wahr. Jawohl, jawohl, jawohl. Zwei Kills noch. Come on. Was hast du dann? Heli. Echt? Wieder? Dali, über dir. Über dir. Nein, ich hab ihn. Hinter dir. Verbindeter Helikopft. Oh. Vor da hinten. Hat dir die Anlage was geholfen? Äh, verwirrend, ja. Aber alles cool. Ja, der lief oben über dir langt so halt. Weißt du? Dachten wir, bevor du gleich stirbst? Jawohl, und Heli-Pilot. Nein. Jetzt muss ich nur wieder auf unsere Seite kommen. Ich muss mich nämlich verstecken. Das heißt, theoretisch dürfen wir den... Ich hab den sowas von in die Fresse geschossen. Und er stirbt nicht, oder was? Oh. Ah, egal. Den werde ich zwar jetzt währenddessen erschossen, aber egal. Dali, ich hab den Hund gesehen. Ja, der verteidigt mich auch noch ein bisschen. Oh, da sind sie alle. Und ich bin im Heli. Wie, wie gefällt euch das? Wieso kann das Ding nicht durch Wände schießen? Och, ich komm nicht drauf. Warum? Jetzt im Ernst? Das ist ja unter der Erde. Der ist unter der Erde. Mist. Alle verstecken sich gerade im Haus, übrigens. Komm. Äh, in dem... Deren Seite rechts ist diese Scheune, wo du drei Etagen drin hast. Da sitzen vier Leute in dem Haus. Jetzt nur noch drei. Einer hat sich gezeigt. Okay. Zwei. Da hab ich wieder einen. Ist das hier im Haus? Na, einer ist unten in den Katakomben. Da haben wir wieder einen. Oh, da unten solltest du nicht langlaufen. Da hab ich auch einen. Okay, Wachhund wurde gekillt. Dann hat sie mich, glaube ich, auch erwischt. Nee, ich lebe noch. Nein, ich bin tot. Bester Freund, Rache. Ist auch sehr gut. Ja, es ist, wenn du... Och, komm. Ich hab ne Kiste in die Ecke geworfen. Auf der anderen Seite der Map. Nein, die ist weg. Bitte lass das nix Gutes sein. Da ist nur ein Radar. Feindliche Satcom. Das ist eigentlich ne freundliche. Die hab ich gesponsert. Du hast sie auch verloren. Du bist schuld, dass wir verlieren jetzt wegen der Satcom. Oh, ich seh Maros Hund. Nice. Ihr seid alle da drüben. Ich hab Angst, dass jetzt hinter mir gleich einer spawnt. Musst du auch. Die Map dreht sich ja immer da, wo die meisten Leute sind. Boah. Hab dich gerettet. Danke. Hab im ersten Grad so richtig schön einen Headshot verpasst. Sehr gut. Einer ist noch hinter uns. Hab ihn. Also an der selben Stelle. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder die Seite gedreht. Kommen wieder alle von vorne. Ich seh nichts. Bin wieder... ...gesloat worden. Scheiß nicht. Ich muss die Belegung jetzt nicht gesloat werden, oder? Das ist doch totaler Schwachsinn. Geht nicht. Und wieder Seitewechsel. Bei dir sind sie jetzt wieder. Toll. Merk ich. Merk ich, merk ich, merk ich. Halb im Magazin auf eine Person geschossen, aus der ersten Nähe. Nächster Nähe. Boah, komm. Ach, ich hab mich grad weggedreht, als der um die Ecke kam. Das kann ja auch nicht wahr sein. Wir haben einen Oracle. Das heißt, sie sehen dauerhaft, wo wir sind. Hab ihn. Ah, der macht das. Respekt. Oh mein Gott. Hier sieht man jetzt den professionellen Dropshot übrigens. So muss man das machen. Direkt hinschmeißen. Oh, Feind. Oh. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Wieder wieder, zweite Runde, Spielpirat, Team Desmage, komische Map. Du hast recht, die ist total geil. Weihnachtskind. Ja, natürlich. Das muss man noch sagen. Alles gesagt. Hund, Helikopter, Griff, Mündungsbremse und Panzer durchdringend. Alles da was, alles wichtig. Wir kennen ja die professionellen COD-Spieler. Ich halte mich immer kurz. Genau. Nur die Fakten aufzählen, ohne Satzbau. Aber auch nur, weil du das kannst. Das kann nicht jeder. Das darfst du nicht vergessen. Die meisten quatschen immer so überflüssiges Zeug, aber du? Du bringst es auch nicht. Nur das Wichtigste. Ja. Da, Maru, Hacker. Stimmt im Chat. Und der Penis hat Lags. Mit 1,90, ey. Oh, oh. Ja, hallo. Ich hab dem Penis gerecht. Jawohl, die jedem Gegner-Team, die verbringen mehr Zeit in der Runde mit Schreiben als mit Schießen. Wir müssen dranbleiben. In der Tat. Schöner Triple-Kill hier. Dadu, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Für jeden, der denkt, der hat seine Aufnahme gefälscht. Ich hab's gesehen. Ist doch zusammengeschnitten. Zack, zack. Und noch ein. Und ganz andere Map. 20 Mal die Kille nachgestellt, bis wir diese Map erwischt hatten. Ist ja Wahnsinn. Zweimal Campers Care abbekommen. Noch zwei Kills, dann hab ich ein Heli. Und ich hab's nicht geschafft. Ah, ich auch nicht. Aber warum ich irgendwie, weiß ich nicht. Also ganz zufrieden bin ich noch nicht hier. Nee, nee. Also ich muss noch viele Runden spielen, glaube ich. Viele, viele. Bis ich wieder fit bin. Bis ich wieder so gut bin wie früher. Definier mir früher. Gab's davon Aufzeichnungen oder ist das so ein Innenraum geschmissen? Ich war mal ganz gut. 2004 war das gewesen mit Call of Duty. Da war ich richtig... Black Ops 1? Nee, nein, gefatscht. Was war denn da? Was war denn 2004? Ich überlege noch, was das war. Ähm... Oh mein Gott. Mit dieser Schneelandschaft auch noch. Und Schützengräden draußen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das damals hieß. Ach, da war einer. Ich überlege gerade, dass mich abschließen dabei ist. Blöde. Ähm... 2004 war das gewesen. Bundeswehrzeiten. Da haben wir noch schön... Da konnte man sowas noch auf dem Notebook spielen. Ja, ich weiß nicht, ob das Black Ops 1 ist, aber das kommt, glaube ich, von den Jahren nicht hin. Black Ops 1, zwei Jahre, vier Jahre zurück. Nee, nee, das ist vier Jahre zurück. Dann sind wir jetzt mal bei 2,9. Ja. Das muss ja Modern Warfare, äh... Minus 2 sein. Eins oder so. Nee. Ja, aber es war damals schon cool. Nee, das waren noch mit die Besten. Ähm... Ich mag die futuristischen Waffen in COD nicht. Ich will die Oldschool-Guns. Okay. Mein Lieblings-Ego-Shooter, also jetzt abgesehen von Counter-Strike, weil es der beste ist, ähm... Ist Day of Defeat. Da gibt es ja diese schöne Weltkriegswaffe, wo du nach jedem Schuss nachladen musst. Das ist aber kein Scharfschützengewehr. Das ist ja M1, ist das, glaube ich. Okay. Das macht super viel Spaß. Also das finde ich halt so genial. Und jetzt hat man so futuristische Waffen mit, äh... Holo-Visier und 100-Schuss und, äh... Essen-Spender. Entschuldigung, ich hab ihn jetzt viermal getroffen. Und der kommt aber auf mich zugelaufen und messert mich dann auch. Ja, halt nicht immer auf den Knieschützer schießen. Nee, ich hab auf seine rechte Schulter geschossen. Ich weiß, das ist kein Herz, aber ich hab auf seine rechte Schulter geschossen. Also von... von... von ihm aus recht. Ich zieh gar nicht so weit unten. Ich hab ihn mal getroffen. Hm... Also du liegst da ja auch wie ein... Ich hab mich gerade hingeschnissen, das war noch ein bisschen hier. Ich hab mich gerade hingeschnissen und hab den geschossen. Der Boden unter dir ist da ganz schön warm schon. Ach... Ich bin später hier gekommen in dieses Loch, als du da warst, ja? Gut, ich hab mich hingelegt, weil du das nicht kannst. Tut mir leid. Muss mal ein bisschen mehr Call of Duty spielen, würde ich sagen. Ja, muss ich auch. Wenn du das hinlegen, das verlernt man direkt wieder, wenn man andere Spiele spielt. 3,5. Ich bin echt zufrieden, dass der Reinke Holger schlechter ist als ich. Was hast du gegen Reinke Holger? Ich messern die Schweine leider immer zu schnell. Komm schon, gib mir noch einen. Ja! Heli! Ach, Sprengsatz. Echt jetzt? Wirklich? Einen Ernst? Na, wo sei es geht, Penner. Glocke übers Dach. Du bist so schweigsam heute. Ich bin jetzt gerade so fern konzentriert, dass ich nur noch einen Kill brauche und gar keine Munition mehr hatte und meinen Hund getötet wurde. Naja, egal. Wenigstens ist das Ned in der Luft. Es war nur einer. Ich hätte gerne zwei gehabt. Joa, aber bei mir. Vorteil ist Vorteil, oder? Ah, ich hol mir einfach noch einen. Joa, na klar. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wo er abschließt. Ach Gott. Wo liegt er denn? Der hat deine Position geklaut. Du hast in seinem Sitzkissen gegeben. Ich hab's vermietet. Oh! Ah, der ist nur unter meinem... Oh! Weißt du, es gibt hier eigentlich gar keine Camper. Aber es gibt dieses provokante Hinlegen. Dieses mitten im Gang, wo du nie damit rechnest, dass da jemand liegt. So, dieses... Ich camp auf öffentlichen Plätzen. Das ist meine einzige Chance, wenn du das verkühlen darfst du nicht vergessen. Liegt einfach mitten im Feld. So, renn, denkst du nie dran. In Ecken guckst du rein, ne? Aber nicht. Da. Weil ich's kann. Und er auch. Wie gesagt, ich... Ich seh ihn einfach nicht. Ich weiß nicht, wo er da rumchillt. Da. Ja, er hat fast durch die Wand erschossen. Meine Fresse. So, ich hab die Chance jetzt. Bei Maru oder bei Dalu. Oh. Maru ist erschossen worden. Oh. Boah, wo kam der denn jetzt? Wollte noch einmal dranbleiben. Das sieht gar nicht so gut aus. Ich hasse die Leute, die sich einfach irgendwo hinbiegen können. Zack, sind sie da. Dranbleiben. Ruhig bleiben. Und dann Vollgas. Ich leg mich einfach mal dahin, wo keiner rechnet, dass ich da liege. Was machst du denn da, Alter? Ich hab mich hier hingelegt und was machst du? Schießt mit dem Maschinengewehr rum. Reineke. Holger. Reineke. Ich wollte die Fußsohlen wegschießen. Hat nicht geklappt. Wahrscheinlich ja dieses Kniescheiben-Ding, ja? Nee, Fußsohle. Aber ich war tiefer als Fußsohle. Camper. Oh, scheiße. Mario, du wirst erschossen. Mario, ich weiß, dass du erschossen wirst. Warum? Da ist er langgelaufen, wo wir gekillt haben. Warte, Mario, erschreck mich nicht. Ich hasse es, wenn Leute an dir vorbeilaufen und du gar nicht einen Namen siehst. Und ich weiß, ob er von dir oder von den Gegnern ist. Einfach draufschießen das erste Mal. Ja, aber dann hören die Leute mich ja leider. Ich hab keinen Schalldämpfer drauf. Ich will ja nicht im Radar schallen. Gut, besser als zu sterben. Aber das war eine Geschichte. Auf darüber mache ich mir gar keine Sorgen, ob ich jetzt will. Ich gehe einfach immer davon aus, das mache ich jetzt wirklich ernst, dass dich immer irgendwo wer auf die Karte sieht. Also, einfach so spielen, als wenn du sowieso nicht sicher bist. Ja, naja, stimmt schon. Das ist ja auch nicht abwegend, bin ich sicher. Wenigstens, mein Hund räumt auf. Ich weiß zwar nicht, wo er ist, also mich beschützt er nicht. Aber er holt halt ein paar Leute. Oh Mann, was mache ich denn jetzt hier? Ich bin immer irgendwann an der falschen Stelle. Ich habe keine Ahnung warum. Oha! Ach, ich habe diese Kack-E-Taste nicht. Ich verstehe das nicht. Ich glaube, ich muss mal erstmal eine Stunde oder so Trockenübungen machen. Nur die E-Taste. Oh nein, 28 Sekunden noch. Wüste! Ich sehe nicht mal einen. Mein Hund hat schon wieder... Mein Hund killt alle. Nein, mein Hund ist tot. Das geht gar nicht. 17 Sekunden und vorbei. Ich war es diesmal nicht. Ah, leck am Arsch. Das war die zweite Runde, oder? Ja, das war die zweite. Wir sind durch. Oh, da Aldi! Da hat sie nervig. Tschüss! Auch mit einer Weihnachtsmacht von Maru. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Scheide wieder ein, bis dahin und... Tschüss! Reinker Holger hat 1,10. Tschüss! Tschüss!